Ich dachte eben so WTF. Ja genau, jetzt kommt da noch ein Skelett. Ich glaube ich gehe mal pennen, oder? Ich komme mit. Oh, schüss. Ich kann nicht schlafen, weil Monsters in der Nähe sind. Ich wo? Ich habe keinem Speck von dir gefunden. Oh, er ist da runtergeflogen. Das ist ein Zombie. Du sterbend Zombie. Nee, nicht Zombie. Skelett. Skelett. Lass schnell pennen. Noch ein Skelett. Du Arschloch. Voll beruhigend. Ich kann jetzt schlafen. Voll beruhigend, wenn die Tür offen ist und das Dach offen. Was ist denn das da hier? Was denn? Ach, sind das deine... Barrels, Barrels, ja. Sind das wie Kisten? Kisten, nur dass da ewig viel reinpasst. Und nur halt nun von einer Sorte. Geil. Alter, du kotzt mich an, du scheiß Skelett, ey. Ist hier PvP an? Ich hoffe nicht, aber auf jeden Fall bin ich jetzt im Bett. Und du jetzt auch. Halt hier. Hopp, hopp. Ja, hier ist noch ein Skelett vor der Tür. Äh, Zombie, Alter. Ja, ich kann sowieso schlafen. Ich kann immer auch schlafen, wenn ich will. Es ist auch gute Zeit zum Trinken für mich. Ja. Guren. Prost. Prost. So. So. Hä? Ist hier ein Creeper explodiert? Ich glaube nicht. Uh, hier sieht man mal ein Manus aus. Die Stix. Pretty beautiful, but I so small. I so small. Ich brauch mein Rubberboots, Alter. Ich töte mich gleich wegen dem Fallschaden. Meine Fresse. So Barrels, wie ist denn die denn zu craften? Barrels. Ja, auf jeden Fall geil. Aber es gibt ja auch so eine unendliche Truhe, da kann alles rein. Möglichst? Nice. Ja. Bei Barrels brauchst du einfach Locks, Stämme halt und Schossen. Oh, Stämme fällt mir da so gerade ein, hab ich gar nicht mehr so viele. Ganz wenige von den normalen. Da mach ich mir mal einen für Erde und einen für Cobble. Ist halt nice, wenn du ewig viel Trash hast von einer Sorte. Hm. Wie macht man das jetzt? Du nimmst einfach, wie willst du da was rausholen? Äh, warte kurz. Du nimmst den Gegenstand, den du in die Hand willst, in die Hand einfach und dann klickst du drauf. Und links klickst dann, bekommst du wieder ein Stack davon. Cool. Ja. Und dann zutze ich da erstmal meinen ganzen Dirt rein. Denn niemand braucht Dirt in seinem Minecraft-Erleben. Okay, man braucht es ab und zu zum Terraformen, aber... 23 mal 64 plus 61. Okay, das ist die vielleicht dürfte Anzeige meines Lebens. So, dann kommt da auch ein Kabel rein. Jetzt baue ich jetzt mal eine normale Pipe. Was soll ich da nehmen? Das heißt Stromleitung. Das ist so ein Stromkabel. Ja, ich will es halt von meiner Badbox hier ins Haus leiten. Ja, also ich würde zwar... Also Glasfaser, das ist halt so, dass du schlechter die Leitung hattest, desto mehr Energie geht verloren. Und halt, das Normale ist zwar, ähm, ähm, Copper Cable, aber du verlierst halt ein bisschen Energie immer. Und du verlierst halt mit der Zeit immer mehr. Ja, Copper Cable ist... Ja, okay, brauche ich noch mehr Kopf... Kopfer. 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 Mach man sich jetzt diesen Alloy-Block einfach so. Ja, einfach so. Ist Insulated Gold Cable gut oder nicht? Das weiß ich so direkt eigentlich nicht. So ganz direkt. Aber... Musst du halt probieren, glaube ich. Probieren geht nämlich über Studieren. Das ist klar. Aber ich würde es gerne wissen. Bevor ich mir hier irgendwie die Mühe mache... Ähm... Gott, ich brauche mal einen Extractor. Wie macht man den nochmal? Extractor. Äh, vier Tree Traps. Tree Traps. Tree Traps. Okay, nicht so schwer. Und so Zeugs. Ja, ich kriege es einfach mal kurz, wenn man Skype hingeschrieben hat. Nein, das ist das Falsche. Jetzt mal hier wieder den Death Point löschen. Markus, da, egal. Scheißdreck, Markus, da, das ist mir sowas von wurscht. Eins... Eins... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Eins, zwei, drei... Komm schon, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Sieben, okay, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt, ich brauche noch einen blauen Block. Alles nur für deine, für deine Fassade da, oder? Ja, es ist dauernd, also du siehst ja, ich hab ja eine Mega-Fassade, dass der Spiel eigentlich da den Boden reinmachen werden muss. Warte, hab ich den blauen Block gebraucht noch? Nee, ja doch, also... Shit, äh, auf welcher Höhe gibt's jetzt eigentlich Kupfer? Ich glaub, den gibt's überall. Wirklich? Aber ich glaub, so 30 und so, ich glaub's öfters, aber auch... Also, Schluchten zum Beispiel findest du wirklich Kupfer im Übermaß. Hm, da ist hier da unten nämlich grad keins. Ich geh mal wieder ein bisschen hoch. Machen wir mal hier so 40. So. Nee, scheiße, Scrabble. So, da. Was haben wir denn hier, Herr Schönes? Diese dicken Dinger ist... Tin. Ich brauch mehr Eisen. Und mehr Nycolite. Scheiße, ich hab keine Fackeln mehr. Dass ich das mal sag, ich brauch mehr Nycolite, ey. Hätt ich niemals gedacht von mir. Aber immerhin werden sie dann einfach mal verbraucht. Ja, immerhin, das. So. Gott, ich seh hier nix mehr. Jetzt Terraforming. Oh ja, stimmt, ich glaube, ich müsste mal einen Atomreaktor nachfüllen. Nee, aber der kann jetzt eigentlich noch nicht leer sein. Nee, das kann unmöglich so schnell gehen. Der ist bestimmt noch voll. Aber ich kann da mal reingucken. Warum denn nicht? Ähm. Alter, mein Haus ist so gigantisch. Ich hab vielleicht ein bisschen übertrieben mit meinem Grundschwiger, aber... Naja. Muss ich mir nur mal angucken. Ich hab nur die Mauern gesehen. So, TreeTap. Finde was. TreeTap. Zack, zack. Bum, bang, bam, 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 bam. Bam. Theoretisch könnt ihr auch einfach ein Turtle-Programm verschreiben. Ich kann einfach das Turtle-Programm Tunnel benutzen hier. Fällt mir da so grad auf, aber... It's worth it. It's worth it. Ich glaube, das heißt, es ist wert, oder? Ich weiß es nicht. Gott, ich hab ja die ganze Zeit gar keinen Minecraft-Ton an. Fällt mir grad auf. Egal. Loll. Ist eh nicht so wichtig. Nicht wirklich, ja. Ach nee, jetzt muss ich hier gucken, ob ich irgendwie so einen hässlichen Sapling bekomme. Damit ich noch mehr von diesen scheiß Bäumen anpflanzen kann. Rubber. Ja. Aber vielleicht hab ich noch einen. Ja, da hat man echt immer seine Probleme mit. Aber es geht. Mit der Zeit. Ich find's auch ein bisschen schade, dass es hier keine Magie drin gibt. Aber theoretisch könnten wir den Server einfach Mods reinpacken, weil wir wollen. Theoretisch. Aber ob Marco dazu fähig ist, die inkompetente Sau. Never mind, Marco, wenn du das hier siehst. Ignorier's einfach. Ich hab gar nichts gesagt. Nein. Ich tu nur so. So. Nee, das ist nur ein normales Sapling. Oh, Rubber Tree. Wir haben noch einen bekommen. Hab ich gar nicht gemerkt. Rubber Tree. Rubber Tree. Den pflanze ich jetzt einfach mal hier in die Ecke. Vier blau über nix. Merk dir einfach die Zahl vier. Vier B. Merk dir das? Vier. Vier B. Vier B. Wird gemacht. Gut. So, mehr muss ich da jetzt auch nicht machen, weil von der Seite sieht man mein Teil eh nicht so sehr. Glaub ich zumindest. Hier muss ich jetzt noch eine ganze Menge machen. Es ist immer das gleiche. Oh, scheiße. Dafür nehme ich jetzt die Turtle, eh. Ich bin jetzt, ehrlich gesagt, zu blöd. Ich muss doch mal wieder Kohle fahren gehen oder halt mitnehmen. Ich nehme mir die Kohle nie mit. Wenn ich aber dann, sie sehen, dann geht es ziemlich schnell aus. Und? Wie findest du denn Wasserstrom? Und sollte ihn halt schon so platzieren, dass du nicht so viel Copper Camel in dein Haus brauchst. Aber, ja doch, das ist ja nah dran bei mir. Ich guck mal deine Bad Box an, wie viel das so drin ist. Und ich darf. Mach das, ja, klar. Voll. Voll, ja. Okay, warte, ich probier nur hier noch ein bisschen Rubber. Dann probier ich mal die Goldkabel aus. Und jetzt Pieper. Ah, ja. Hätt ich eigentlich auch bei mir machen können. Hier. Nein, jetzt hab ich. Also, Cobblestone ist, glaub ich, das geringste Problem, oder? Ja, jetzt schon. Außer, wenn man's braucht für irgendwelche Großoptionen, dann geht das meistens ziemlich schnell in den Eimer. Also, der. Gott, ich brauch mal wieder was zu essen. Ich hab ja noch eine Farm gemacht. Es ist echt eisenlastig, dieses Aloy-Zeugs. Nur für die Fassade. Ah, also Gold. Also, 4B hieß es, ja. Gold, Cable, Rubber, Rubber, Rubber. Ja, ich. Zwei hab ich jetzt. Ich glaub, zwei brauch ich noch. Und einen von den roten. Das heißt, ich werde acht Eisen brauchen. Nee, eben nicht. Ich werde ja nur eins, zwei, drei, vier, fünf brauchen. Und Nicolite kann ich einfach noch reinhauen. Bis wieder nachts, gell? Boah, die Nacht, die hat sich mittlerweile nicht mehr zu meinem Freund gemacht. Ja, perfekt. So, jetzt kommt aber erstmal die Turtle ran. Turtel-Täubchen. Turtel-Täubchen. Turtel-Täubchen, ja. Das ist, das finde ich gut. Ich will mal auf Nummer sicher gehen, natürlich, dass ich mal hier bin. Und dann sage ich zu der Turtle-Täubchen-Täubchen-Täubchen-Täubchen-Täubchen-Täubchen. Was ist das, das ist der Ausgang? Was ist die Mitte? Okay, dann kommst du jetzt mal kurz wieder mit, Turtel. Ihr kannst mich hier für mich tunneln. Hey, meine Kohle. Das ist halt einfach jetzt mal zur Sicherheit nicht mehr 100 oder 1000, sondern 50. Gott, kann man Kupferkabel mit Goldkabel verbinden? Keine Ahnung. Na, die verbinden sich auf jeden Fall. Ja, ja, also so verbinden, ja, glaub schon. Auf jeden Fall habe ich... Oh mein Gott, ich habe ja hier noch ganze Stacks Glas gemacht. Ich habe mir viel zu viel Glas gefahren. Habe ich sonst irgendwo was drin, was ich habe oder brauche? Fühlen sich eigentlich jetzt meine MFEs. Eine ist voll, die andere ist auch voll. Das heißt, ich kann jetzt mal gucken, ob dann meine MFSU jetzt endlich mal Strom bekommt, reichlich hier. Theoretisch ist eigentlich schon. Die müsste jetzt eigentlich so richtig am Dampfen sein. Die Kacke ist am Dampfen, ey. Weil ich muss ja auch nicht die ganze Zeit meinen Reaktor hier anmachen. Hier, mein MFSU hat 100.000 erst. Das heißt, das ist gerade erst frisch. Ja, wenn er einmal durchgelaufen ist, muss ich ihn ja erstmal nicht mehr anmachen. Ich habe ja dann genug. Ja. Das Raw Plastik haue ich mal auch wieder in den Ofen. Das sollte da wieder funktionieren. Ich habe Plastik, glaub, noch einmal gebraucht bis jetzt. Gehen wir pennen? Ja, kann man machen. Yay! Spinne. Wieso hast du dein Bett eigentlich bei mir? Ich weiß nicht. Ich wollte einfach. Ich will. Okay. Du könntest mir dafür jetzt eigentlich eine Strafe aufbrummen, wenn du willst. Scheiß drauf. Das wollte ich nicht. Oh Mann, oh. Du bist nicht. Okay. Vielen Dank.